ja und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play MediHiegel und so und ja Ihnen ist nicht mehr gekommen es leckt immer noch ab und zu mal ich hoffe dass es jetzt lustiger läuft irgendwie nicht da geil ich habe die Sachen hier vorgespielt und dann auch sogar geschafft hinter diesem Fluss auf die Särge zu kommen und erstaunlicherweise war das gar nicht mal so schlecht also ich habe das schon gut geschafft und da waren irgendwie vier Goldkisten und einige geile Kisten und zwei Lebeflächen, deswegen ist mein Leben auch wieder voll und ich glaube ich glaube es ist nicht an der PS4 wenn wenn ich nicht am aufnehmen will, dann ist es richtig leckfrei wenn ich nicht am aufnehmen will, dann leck das durchgeht und dann habe ich jetzt gespielt bis wir hier wieder den Wobo angefangen haben das wurde der Wobo angefangen wenn ich an die Säge es kam nicht an der PS4 es kam nicht an der PS4 es kam nicht an der PS4 wenn ich an der PS4 ok es ist negativ ich dachte es wäre so schnitt dann laufen kann sie ist sie sind sie sind Flächen Energie Flächen Energie Flächen Nicht gegen Flächen Und hier ist unser schönes Okaychen Ja wo läuft der? Wenn wir den töten er rennt einfach weg Nur was haben wir Ja Ich hab voll Spaß hier dran Wenn das so abwürdig mal so mega leckt Also irgendwie das leckt aber nur bei diesen freiräumigen Sachen weißt Also Bei sowas hier wo ich das mega flüssig 30 FPS Ja Ja Fames Also Unter Häusern Die haben auch voll geschaden Die haben auch voll geschaden Ob die die kaum zu Kaum zu befassen Der Hammer ist besser für diese ganz direkten Gegner Das stimmt doch Ich würde das gerne wissen wo oder was hier ist Achso Ich dachte hier gehts nicht weit Ich würde nicht runterfallen Ja Ja Noch mehr Energy Ja geil Man kann die Fläche noch auffüllen Frage ich ob das Ding unendlich ist oder ähm Ja Ja Oh ja Endlich ist wo da immer noch aushalt Lebensmittel Nein nein ich wollte noch zurück Nein Warum geht das automatisch rein Oh Boss Boss geht Bäh Ja Das leckt hier erstmal richtig rum Welche Logik Äh das leckt hier gerade mega Warum leckt das so mega Ich will mal deswegen es einfach mal die Ge longevity Oder ist das die Zeitlupe Jetzt ist wieder flüssiger, jetzt wieder nicht. Spiel Mock mich. Spiel Mock mich, ernsthaft. Ich liebe das, wenn Sachen lägen. Das ist ein kleines Hobby von mir, das mach ich gern. Komm her du, Wolf, ich will dich abtöten. Ich krieg die Scheiß geht, wenn die nur einmal in einer Minute vermutbar sind oder so. Wenn die nur einmal schlagen kann, dass über Zeitdruck nicht gerade übergeht. Es ist kein Side-Druck für die Framer, das ist einfach so niedrig. Ah, fett. Aber der Hammer ist wirklich gut dafür. Der macht noch mega Schaden. Die Wechsel sich ab mit angreifen. Die Wechsel sich ab mit angreifen. Das ist ein Riedern. Das ist ein Riedern. Ich bin fast verrückt. Ach, los. Alles hat sich geändert, die Nacropole und Nacropole. Wollt gehen das hier hin. Wollt gehen das hier hin. Wollt gehen das hier hin. Wollt gehen das hin. Wollt gehen das hier hin. Wollt gehen das hin. ... und über alle Hälfte. Bon voyage. Bon voyage. Bon voyage. Ach ja. Oh Gott. Ah ja! Neue Waffe und so. Hey, selbst hier leckt es wieder mega. Macht doch gar keinen Sinn, warum es hier so mega lecker tut. Oh, hier können wir noch mal irgendwas bekommen von unseren Kollegen hier. Häh. Oh Gott, ich werde dir fortesken. Einige von den anderen Kollegen, die Zerok gewählt haben, werden jetzt deine Rippkage als Toastrack benutzen. Aber ich wusste, dass du durch. Hier, ich habe ein bisschen etwas hier extra, das ich dir geben kann. Das könnte die alte Quest helfen. Du willst es? Ja. Ach so, nur Gold. Toll. Ich dachte, ich kriege nur Waffe. Ich muss aber Gold haben. Nein, wir müssen jetzt bald irgendwann mal wieder so Lieder werden. Ich habe ja nie gesprochen. Anni mit da mit dem Schwertkopf dann noch. Trieb nur ein Schwert oder verbessertes Schwert oder Rüstung oder immer. So wieder. So wieder. Ja, Lisa Hall of Heroes. Buff. Buff. Ich schicke das hier einfach irgendwann mal. Ich habe ihn kaputt. Ernsthaft. Und etwas Neues ist freigeschaltet. Also sieht ja schön aus. Safe for us. Please. Check your memory cards. Peace in America. Yep. Yep. Yeah. Safe for. So. Und damit. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.